Sollte reichen, äh, dann mal. Ach, Goldharz können wir ja nicht benutzen. Stimmt, wir könnten ja lediglich unser Sonnenlichtschwert benutzen. Und verdammt. Okay, okay. Nein, 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 nein. Okay, der ist zu. Oh, oh, oh! Mann! Immerhin haben wir den, den Dings, Dings nicht ausgelöst. Boah! Kacke! Wär der jetzt überhaupt gekommen? Warum ist der nicht gekommen? Hätte der, Mann. Wär der nicht, hätte er, hätte er, hätte er, hätte er nicht schon da sein müssen? Nach Manu. Egal, wir haben ein bisschen mehr Leben als vorher und es lädt und lädt und lädt. Ich will weiter sterben gehen. Bitte. Spiel. Hallo? Wow, es lädt aber wirklich wieder derbe. Okay. Ja, ich hätte die Seelen vielleicht doch bei unserer lieben Dame. Ach, das ist ein Drachen, Dings, die. Bei unserer lieben Dame hier ausgeben sollen gegen, was weiß ich, selbst wenn es nur Regenerationssteinchen gewesen wären, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. So, einmal. Ja, du darfst auch. Musst nur beikommen, Schätzchen. Ah, jetzt ist er tot. Ist okay. Ist okay. Jetzt hoffe ich wirklich, dass dieser, äh, Verfolger noch auftauchen wird. Weil eigentlich war das jetzt meine Absicht, den relativ schön zu erwischen. Vielleicht sogar im ersten Versuch zu töten. Das wäre schön. Ah, wir haben sogar diesmal was angelockt. Wow. So war das jetzt nicht gedacht. Wo bleibt der andere? Hm. Diesmal kommt dieser Axt Creek nicht direkt hoch. Okay, wir gucken mal da runter. Nö, irgendwie will er jetzt nicht. Okay. Nein, 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 du solltest das töten. Genau so. Oh. Oh. Okay. Ähm. Schnell, schnell, schnell. Schild, Schild, Schild. Ja, Baby. Na dann. Okay. Na, wie geht's dir, mein Freund? Kennst du mich noch? Oh, ja, das tut weh. Zu früh? Zu früh. Okay, das, das tut ganz schön weh. Äh, ich hätte gar mein Schild oben gehabt. Danke. Charge mal bitte an mir vorbei, mein Bruder. Nein, nein. Ernsthaft. Ernsthaft. Ach komm, Michi, das ist nicht dein Ernst, oder? Darf ich wenigstens den Verfolger in Ruhe probieren? Michi? Michi, bitte nicht. Ach, Michi, du Sau, ey. Nein. Mann. Das ist mies. Du Dreck-Sau, ey. Du hast mir hier meinen Try ruiniert, weißt du das? Arsch. Loch. Ja, ist okay. Reichweite? Fragezeichen? Nein, 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 nein. Mann, ey. Nein, 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 nein. Verkackt. Gott. Dammit, ey. Dieser Pisser. Jedes Mal. Jetzt war ich so schön am Verfolger dran. Den hätte ich so gut geschafft. Aber nein. Dann muss mich natürlich ein blaues, verficktes Phantom invaden, ne? Ach, leck mich doch. Ne, das verdirrt mir jetzt echt grad die Laune. So schön. Jetzt gegen Verfolger kämpfen können. Und dann wird man invaded. Ach, klar. Warum nicht? Hätte er nicht warten können, bis ich den getot hat. Nein, natürlich nicht. Ach. Und dann kommt er mit diesen Degen, die irgendwie doppelte Reichweite haben. Was soll das? Ja, ich verstehe es nicht. Und ich mache natürlich jetzt am Schluss keinen Sprungangriff, was sowieso doof gewesen wäre. Aber dann natürlich das, was länger dauert, auszuführen, ne? Diesen dreckigen R2-Angriff. Außer, äh, was? Anstatt. Anstatt ist das Wort, das ich suche. Anstatt einfach schön dort lang zu springen. Nein. Friss den Flakon, du Sackgesicht. Ich mache mir jetzt den Shortcut auf. Ne, 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 ne. Scheiß Invader-Kacke da. Grad, wenn ich an den Verfolger ran will. Super. Jetzt kommt er ja nicht mehr. Da könnte ich kotzen. Ja, geh mich auf den Senkel. Ach, du stehst auch noch im Weg. Super. Ist mir alles egal. Schmeiß mir bitte mal eine Feuerbombe hier hin. Feuerbombe. Hallo? Wow. Das war jetzt nicht so ganz das, was ich wollte. Mann. Da will man einmal, dass diese Gegner hier was hinbekommen. Und dann sowas. Aha. Oh, jetzt kommt unser Axtfreund. Ist es denn wahr? Ist es denn wahr? Ähm. Ja, hau jetzt endlich mal zu. Oh nein. Kamera. Ich will frei sein. Nein, nicht fokussen. Danke. Jetzt will man mal, dass diese Fässer in die Luft fliegen. Und dann klappt es nicht, ne. So viel zum Thema. Ich mache den Shortcut frei. Okay. Ähm. Ja, Stresslevel steigt. Arschgelecktlevel steigt auch. Äh. Wagepotenzial ist fast schon am Maximum. Ich kann mich nur momentan relativ gut beherrschen. aufgrund, äh, ja, von Dingen. Ja. Boah. Es wird warm, Leute. Es wird warm. Puh. Der Puls geht hoch. Die Lust. Die Lust endet jetzt mit dem Öffnen des Shortcuts. Habe ich eine Feuerwaffe. Ich muss doch noch das Feuerlangschwert haben, ne? Ja, genau. Und zacka. Trinken, trinken, trinken. Laufen, laufen, laufen. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Wenn jetzt wieder das Michi kommt, hat er Pech, weil ich mich an den Fässern wahrscheinlich selbst töten werde. Werde, ne? So. Los, los, los. Sprint. Ach. Du bist doch gut. Sprint, sprint, sprint. Und. Yay. Der Shortcut ist offen. So, dann einmal kurz setzen. So. Mann. Was ein Krampf. Falsche Waffe. Richtige Waffe. Dö, 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 dö. So. Ihr könnt mir jetzt auch mal auf den Bobbes gehen. Hupp. Und. Wusch. Oh, wir haben sogar keinen Schaden bekommen. Äh. Oh. Okay. Hier tauchen rote Phantome auf. Mit einer riesigen Menge an Leben. Ach, du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Bitte töte mich nicht. Ich möchte nicht unbedingt sterben. Mach was. Okay. Oh nein. Oh nein. Böse, böse, böse. Böse, böse, böse. Eieieiei. Eieiei. Eieiei. Ich frage mich, ob die wieder spawnen. Eieiei. Ähm. Okay, wo klimpert das? Moment mal. Oh, stimmt. Hier war ja noch was. Eieiei. Ich wollte gerade sagen, ich habe fast etwas vergessen. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Geh ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig jetzt mal. Ach, komm. Komm, 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 komm. Nein. Eiei, wie das nur einen getroffen hat. Ähm. Wo kann ich hier durch? Okay, das ist nicht so pralle. Nein, nein, nein. Nicht einkesseln lassen. Nicht einkesseln lassen. Uh, trink einen Schluck. Estos ist gesund. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Okay. Roll dich weg, mein Freund. Ja, so ist gut. Komm. Ja, schwing das Ding. Und. Oh, mein Gott. Beste Richtung. Überhaupt. Geht doch. Der Hüll unserer Datenrichtung. Dass alle Hüllen fallen, Baby. Oh, yeah. Hm. Großer Seelenfall. Hm. Und Zeug. Joa. Okay. Das war das. Ich frage mich, wie gefährlich unser Schildkrötenfreund sein wird. Hallo. Oh, 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 oh. Loin. Das, was ich sonst immer schaffen wollte. Also, mal schaffen wollte. Also, als ich off, ähm, äh, zum New Game. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Eine rote Schildkröte. Als ich zum New Game Plus wollte, hab ich das mal probiert und es hat nicht geklappt. Okay. 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 Oh, mein Gott. Oh, das lässt dich nicht stärkern. Boah. Oi, 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 oi. Böse. Eins. Shit, shit, shit. Wow, wow. Okay. Oh, oh. Was war denn das? Was war denn das? Nein, 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 nein. Und, ja, ja. Yay. Was? So wenig Seelen für das Ding. Okay. Egal. Es hat gepasst. Also bin ich glücklich. Äh, was war eigentlich noch mal da oben? Eigentlich nur der Weg zu den zwei Gegnern. Okay. Die Seele schnappen wir uns erstmal. Ähm, Seele. Also, Ding. So, hier rein dürfen wir jetzt wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, war ja klar. Okay. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und. Bam. Was? Wow. Mein Gott. Das Ding lebt noch nach einem Sprungangriff. Gibt's das denn? Okay. Was haben wir denn da oben? Kein rotes Phantom. Das ist schon mal was. Oh, da steht ja jetzt was auf. Da war was. Genau. Äh. Äh. So. Das war der Sicherheitsschlag. Der Misstrauens-Hit. Äh. Äh. Vielleicht sehen wir noch den letzten Riesen, solange meine Luft, ja. Motivation noch hält. So, da ist eine Kristallechse und die wollen wir natürlich. Komm, ab in die Ecke mit dir. Und. Nicht cool. Gar nicht cool. Arschgeleckt. Das war mies. So, ich glaub hier hat man noch diesen, diesen Rundschild irgendwo, oder? Ja, den großen Lederschild. Den meinte ich, genau. Das, dieses, äh, Megatamburin da. Äh. Was? Wieder hier? Nein, da willst du nicht runterspringen. Oh, was haben wir denn da? Feuer, Feuer. Ich dachte schon, da wollten wir die Kamera an Streich spielen, ey. Ha, vom... Ach, was soll's. Wir haben doch Reparaturpulver, oder? Nö, was haben wir denn da? Ach, die Flakonscherbe. Genau, 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 genau. Hm. Okay. Ach, das wird schon passen mit dem Waffenrepar... Also, mit der Waffenhaltbarkeit. Das wird schon. Okay, was haben wir denn da? Glitzer, Glitzer, ganz viele dreckige Feuerechsen. Das muss jetzt nicht unbedingt, aber, sein. Hm. Die Balance der Gegner reduzieren. Sollen wir das... Das bringt jetzt nicht grad viel gegen den Freund da. Hm. Wie viel Leben hätten wir denn da? 200 mehr, wisst ihr was? Das nehmen wir. Okay, wir sind nicht menschlich, das ist ungut. Oh, oh. Ho, ho. Äh, das war allerdings jetzt gut. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren, also, dass das, äh, so ausgegangen ist, wie es grad ausgegangen ist. Hey, wir haben die Vogelfeder? Oh. Wir haben einen dauerhaften Hoardbone. Das ist natürlich geil. Okay. Na dann, Leute. Klimpa, klimpa. Ähm, zurück wechseln und dann schauen wir mal. Ja, immer. Ja, ich kann das mal. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt irgendwie doch mehr Angst vor ihm, als er wirkt einfach. Einfach ein bisschen agiler, keine Ahnung. Wow, unser Sonnenlichtschwert ist tatsächlich ausgelaufen in der Zeit. Oh mein Gott, geh weg. Oh, 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 oh. Okay. Ne, 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 wir wollen nicht von dir getroffen werden, mein Bruder. Wow, 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 nein, 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 was macht er? Okay, nix weiter. Wir bleiben schön an seinem rechten Fuß. Okay, okay. Ach stimmt, das ist das Getrampel. Aua, aber es passt. Alles gut. Okay, solange er dabei bleibt, ist das noch... Mann! Ich wollte eigentlich diesem Grabscher ausweichen, aber egal. So, das ist das, ja. Einmal. Okay, was ist jetzt mein Freund? Nein, 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 nein. Ich möchte gern unter dir sein. Oh nein, ich will doch nicht mehr unter dir sein. Na, geh weg! Okay, okay. Was tust du? Nicht den Arm ausreißen. Das ist ein schöner Arm, den brauchst du noch. Okay. Gut, dass es nicht der rechte war. Oder bist du links, Wichser? Gut, das war jetzt ein bisschen sehr low, sorry. Oh mein Gott! Nein, ich will hier weg. Oh mein Gott! So, dann stampf einfach. Ja, mach's doch. Oh nein, lass mich hier weg. Okay, okay. Stampf, stampf. Ich liebe diesen Schild. Und? Tötet mich jetzt die Gier? Nein. Oh mein Gott, geh weg, geh weg, geh weg, weg, weg. Okay, jetzt aber, komm. Oh, oh. Hui. Gluck, gluck, gluck. Okay. Na, das hat doch funktioniert, oder? Ach, ja. Na dann. Ähm, war hier sonst noch irgendwas? Ist hier jetzt irgendwas im New Game Plus? Etwas zum Lesen, zum Essen. Ich weiß es ja nicht. Okay. Naja, nichts Besonderes. Dann, äh, was machen wir dann? Jetzt haben wir den Soldatenschlüssel benutzt. Äh, bekommen. Der bringt uns jetzt allerdings auch so nicht viel. Ah, stimmt, der Verfolger. Stimmt, nicht, dass ich den nochmal vergesse, wie im ersten Durchgang. Dann, werden wir gerade mal gucken, ob wir den auch schaffen. Und dann, dann, gehen wir zu Hades Flammturm. Äh, wo geht's zum Verfolger? Da hinten. Wie viel brauchen wir denn für Level Up? Oh, gar nicht so viele mehr. Ho, ich hätte jetzt gedacht, wir bräuchten mehr. Naja, egal. Äh, was machen wir denn? Wir futtern definitiv mal ein Kraut. Und dann noch einen klitzekleinen... Ähm... Ähm... Ja, komm, kleinen Lutschkiesel. So. Yay! Ich hoffe mal, die Waffe geht uns nicht kaputt jetzt. Ich glaube, da sollte ich vielleicht mal sicherheitshalber eine Ersatzwaffe anlegen. Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir gar keine Auswahl. Nur wenn es richtig mies läuft, äh... bräuchten wir halt eine andere Waffe. Ähm... So, wir haben 60%. Das heißt, wir können relativ weit hoch gehen. Und wir nehmen uns in dem Fall... Ähm... Ähm... Ähm, ähm, ähm... Nicht diese, nein. Ja, was nehmen wir uns, ne? Ah ja, okay, dann... Nehmen wir halt eben... Was nehmen wir? Ach, komm, unser kleines Feuerschwert. So. Ist doch soweit alles cool. Äh... Das ist nicht cool. Es hat gerade so rot da durchgeschimmert. Aha, ich hab nicht gesehen. Aua. Okay, versuch springen. Echt jetzt? Ich glaub... Nein. Glaub ich nicht, da ist nix, oder? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Vielleicht irgendwann mal. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das da mal gemacht habt und ob ihr da drüber gekommen seid. Für mich ist das jetzt ein bisschen schwerer zu glauben. Ähm... Erst mal umgucken. Erst mal umgucken. Gott, wie viele Dinger sind denn hier? Okay. So, erst mal was schnappen. Irgendwie hab ich grad keine Lust mehr gegen den Verfolger zu kämpfen. Boss for us! Versuche find! Schwäche Geschoss. Ja, das, das würde ich gern mal probieren. Das werden wir auch probieren. So. Okay, das, das kennen wir ja jetzt ja auch schon. Der wird abgesetzt, ne? Ja, komm. So, und das würde ich jetzt gern probieren. Aua, nicht so ganz das, aber hey. Oh, das, das wollte ich jetzt aber nicht. Ähm, mein Freund. Stell dich nicht so an. Komm her. Eins. Ja, ja, ja. Oh, Mann, ich wollte grad rollen. Okay. Ja, bleib genau da. Ah, nein! Mit der anderen treffe ich dich doch nie im Leben. Uh, uh, uh. Bleibst du da? Nein! Okay, dann müssen wir halt doch versuchen, sauber gegen ihn zu kämpfen. Dance. Ach du Scheiße. Hey, Verfolger, du hast ja richtig viel Leben. Ich bin ja, bin ja beeindruckt. Hallo? Ich bin hier. Ich bin dein Schatten. Du wirst uns niemals finden. Bäh. Hat es wehgetan? Hoffentlich. Was ist denn? Spring doch gleich da runter, komm. Oh, fast. Du haust wie ein Mädchen, weißt du das? Äh. Nein. Zack, volle Möhre aus Gesicht. Ha, daneben. Mann, Mann, Mann. Ich treffe mit deinem Großschwert besser als du, weißt du das? Oh, oh. Rollen wir mal ein Stückchen weg, würde ich sagen. Man soll ja nicht unbedingt zu frech werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass unser Schwert kaputt gehen wird. Oh ja. So wie das aussieht. Oh, das war nicht gut. Wow, wow, wow. Trink einen Schluck. Das war jetzt nicht so ganz gut. Ah, verdammt. Zu spät gerollt wieder. Aber wie er so brav wartet dann. Okay. Ja, ja, mach nur. Oh, das hat auch noch getroffen. Na dann. Zu früh. Ah, doch nicht. Gut, 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 gut. Immer schön im Kreis. Oh, das trifft. Okay. Oh, das trifft auch. Hm. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und. Shit. Ja. Hä, nochmal. Oh, oh, oh. Oh. Schöner Treffer. Schöner Treffer. Dumm. Das war dumm. Ja, das war einfach nur, ähm, ja, minimal, also, weniger intelligent, sagen wir es einfach mal so. Ja, scheiße. Ich hatte einfach, ach Gott, dammit. Wenigstens ist der Boss ein bisschen anspruchsvoller, auf diese Art und Weise. Ich meine, das ist schön, wenn die Bosse nicht so easy down gehen. Das war nämlich dann doch schon mein, also, abgesehen vom Schmelzer-Dämon und dem, anderen Typie und Mythia, der den nicht genannt werden darf, ähm, das Schlimmste. Die waren echt das Schlimmste. Hätte ich gewusst, wie man das Gift ablässt. Boah. Ja. Uh, ich weiß, was wir noch machen. Ich weiß, was wir jetzt noch machen, bevor ich das Ende einläute. Komm her. Komm schon. Ach nein, ich gehe, oder? Ich gehe jetzt. Nein, der kommt zu mir, oder? Ich weiß es nicht mehr. Tü, 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 tü. Klimpa, klimpa. Tchu, tchu, tchu. Ja, ich weiß, das war zu früh. Wenn er überhaupt ankommt. Okay. Das war noch dämlicher, aber hey. Jetzt kann man immerhin das schöne Muster bewundern. Dass wir eben in den Bauch gerammt bekommen haben. Ja. Kommt er heute noch? Hallo. Drache. Ich habe eine Schuppe für dich. Oder du für mich. Wo bleibt denn der jetzt? Ja. Unter Umständen werden wir dann doch mal... Okay. Ach, da ist er ja. Hallo. Wollen wir nicht rausgehen? Ja, doch, ne? Ach so, mich lässt du nicht raus. Okay. Das finde ich jetzt aber fies. Ja, was soll denn das werden, ha? Mann. Zack. Ey, mein Guard Break war zuerst. Das war falsch. Du machst das falsch. Du machst das falsch. Du musst kurz warten, wenn du Guard Break gemacht hast. Warte, ich versuche es dir zu zeigen. Ach Mist, das ging... Wow, warum kam da noch ein Angriff raus? Verstehe ich jetzt nicht. Egal. Hauen wir mal zu. So. Das war jetzt eine Kelle von mir. Wie schmeckt sie? So. Ich würde ja jetzt wirklich gerne einen Guard Break versuchen. Aber irgendwie will das nicht so gelingen. Oh, das war jetzt... Ich glaube, ich verliere, wenn ich so weitermache. Ja, vielleicht sollte ich nicht so weitermachen. Das... Ach komm, ey. Echt jetzt? Echt jetzt? Jetzt will sie mich mit Zaubern finishen? Nee, 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 mein Duder. So geht's ja jetzt nicht. Schöner Versuch! Huuuuh. Eieiei. Das ist dumm gewesen. Ich habe zu spät gesehen, dass das Feuerpfeile waren. Ich dachte erst, er kommt mit Blitzpfeilen, weil ich ein Schild habe. Das wäre... Das war ja... Ja. Ja, klar. Ich habe nicht drei Viertel meines Lebens versucht zu, äh, äh, zu Guard Breaken. Und zwar auf ganz dumme Weise. Oh mein Gott. Sympathie. Ist das richtig? Was ist das? Hä? 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 Sympathie der Riesen? Ich kann mich da dran nicht erinnern. Egal. Jedenfalls versuche ich den hier einfach so krampfhaft zu verarschen, ne? Und dann macht er noch so... Oh, ich habe dich eiskalt umgenietet. Süß. Süß. Oh Gott, wie putzig. Und dann auch noch, weil ich so dumm bin und nicht die Pfeile blocke. Äh, bist du nochmal da? Dann mache ich dich diesmal eiskalt fertig, mein guter. Ich hätte dich auch einfach totstiggern können. Das ist es ja. Aber nein. Ich mache extra ein bisschen Entertainment hier, damit ich, äh, vielleicht ein Guard Break hinbekomme. Naja, egal. Drauf geschissen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ich bin raus. Ciao. 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 So greift man aus Versehen ein bisschen an.